Und heute gönnen wir uns mal hier ne Runde. Schön! Dann wollen wir doch mal gucken in 20. Los geht's. Mal gucken ob wir hier irgendetwas ergattern können. Der ist cool. Lassen wir uns mal überraschen. Oh jawohl! Erste 5. Erste 5. Erste 5. Erste 5. Erste 5. Erste 5. Komm schon, da macht er den Beutel schon mal zu. 2280. Na ja, nehmen wir erst mal. Wird ja vielleicht noch eine Runde geben hier. Na, 12. Trotzdem noch keiner Freispieler. Was jetzt? Jawoll, Freispieler. Dann hauen wir mal ein paar Buddeln raus hier. Die sind ja nicht sehr üppig. Puh, nur so eine klein schwache Leistung. 1380. Oh, weg sind sie. Gehen wir auf 2 Euro. Oh, da sieht es schon anders aus. Was? Macht's mehr? Da war mega. Oh, nun war nicht so zackhaft. Da war mega. 200 Glocken. Wann, da sieht er weg wie nischt hier. Was jetzt? Komm. Hm. 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 Jetzt wird's knapp hier. Ich weiß, sie flocken nur noch. Ach. Ach. Ach, ständig die Möglichkeit. Na, Wahnsinn. Eieieieieieiei. Los. Ach. Muss er mehr haben wie zwei. Gibt's da nicht. Da sind unsere 100 Euro schon weg, ey. Ich fasse nicht. Einmal nix. Mann, Verbrecherkiste. Hm. So viel dazu. Einmal nischt. Und heute gönnen wir uns mal eine Runde Klon-Bonus. Wir starten mit 80. Ha. Na, das ging fix. Geil. Hm. Goldene Mitte. Zitrone. Das ging ja fix. Ja, das ist der Vollbild. Schade. Da ist noch ein. Ah. Da ist noch ein. Da ist noch ein. Ja, woher. Und noch eins. Sehr schön. Das war doch für den Anfang schon mal nicht schlecht. So kann es weitergehen. Da können wir doch schon mal glatt ein bisschen hochschrauben. Gehen wir auf 1,50. Los. Das. Jetzt wird dann auch ein bisschen hochschrauben. Tönen Monster. Das ist so weit. Das war er noch nicht. Na los, komm, streng nicht an. Passt doch noch nicht zusammen. Na, nun könnte er aber langsam mal. Die 1.50 schmecken ihm wohl nicht. Gehen wir auf 2. Untertitelung des ZDF, 2020. Aber was denn, was denn, machst du schlapp oder wie, Mensch, das ging so gut los mit uns. Das ist ja eigentlich ein falsches Rekord, oh, Mann, oh, dein Ernst? Passt da nicht zusammen. So, da sind unsere 100 weg, so schnell kann es gehen, einmal nichts. Und heute gibt es mal eine Runde, Hotchance, gönnen wir uns mal. Mal gucken, wie die Headway kommen mit unseren 100 Euro. Jetzt schon mal Pflaumen. Weg sind sie. Ja. 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 Ich hab's doch schon gesehen. 64, nehmen wir. Ich hab's doch schon gesehen. Hm, Karte läuft nicht. Komm mal, ich glaube, wir haben uns schon mal ein Vollbild verdient hier. Ja. 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 Nuhalah da hat sie nicht entscheiden oder was passt ja irgendwas zusammen kann aber nicht wahr sein die sieben wurden auch gerne nehmen zusammenhängt globo nehmen interessiert nicht was wir wollen oder waren es noch 30 wenn jetzt nicht alle was passiert hier haben wir globo leer aus die jene hättest du noch geben können knallfrosch ey man so okay das war dann einmal nix schade und hier mal zwölf reispiele zwei euro einsatz so 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 ok da freuen wir uns ja wieder tierisch mann doch und wir schauen mal hier rein so 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 mal los jetzt noch was vernünftiges hier und wir schauen mal hier rein freispiele auf einem euro so 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 mal мы so 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 dolle war das ja nicht dann drehen wir noch mal eine runde 1 1 1 2 auch gut, muss er nur kommen schwache leistung los komm das hat sich überhaupt nicht gelohnt das hat sich überhaupt nicht gelohnt